Hey Leute, ich bin's Benni vom Aquaporisten-Kanal und heute geht es mal wieder in die Wissenschaft, aber etwas anders, als ihr das vielleicht denkt, denn es geht auch um so ein Rack-System, ähnlich zu dem Beta-Rack, was ich hier schon mal gezeigt habe, verlinke ich da oben. Ja, wie soll ich sagen, in dem Tierversuch, wenn es um Zebrafische geht, dann habe ich auch diese typischen Racks, relativ kleine Behältnisse, ja, kann ich auch nicht ändern, ist jetzt nicht das Allerschönste, aber so wird es nun mal gemacht, relativ abgeschlossene Systeme und es kann mehrere 10.000 Euro kosten, wenn man sich so eine Anlage irgendwo kauft, dahin stellt, alles standardisiert, super duper, aber viele, ja, gerade der, ich sag mal, weniger gut ausgestatteten Institutionen können sich sowas natürlich nicht leisten und da hat sich jetzt eine Arbeitsgruppe überlegt, dass man das doch auch selber bauen könnte, das halbwegs standardisiert und jetzt in so einem Journal, wobei Journal ist hier schon wieder fraglich, denn wir haben ja hier eigene Wissenschaftsvideos, das ist also wirklich Text auf Papier, in diesem Fall ist das eher so eine Art Videodatenbank, dieses Jove, wie es sich nennt, ja, und im Prinzip, also es ist schon ein Paper, aber dazu gibt es eben noch dieses Video und genau das gucken wir jetzt an, da haben wir im Prinzip alles das, was uns interessiert, wie nämlich so ein System gebaut wird und was jetzt hier die Wissenschaftler dazu sagen. Springen wir gleich mal rein, Kopfhörer auf, ich gehe dann mal hier unten in die Ecke und los geht's. Also hier sehen wir das, wo ihr das auch findet. The overall goal of this procedure is to build an affordable Zebrafish facility that requires minimal maintenance. This is accomplished by first laying out the PVC pieces, reservoir, pump, and filters and assembling them using PVC primer and glue before attaching them to the shelf. The second step is to assemble the supply lines to each of the three shelves. making sure to include a pressure relief line. Next, the fish tank exhaust lines are constructed and connected to a main exhaust line. The final step is to prepare the system for the fish. So, das würde ich jetzt auch wieder ganz schnell erstellen, aber jemand in den Kommentaren meinte mal, das sollte ich nicht tun. Also lasse ich das und schaue es mir dann langsam an. Hier haben wir jetzt quasi die Übersicht, wie das Ganze mal aussehen soll. Also ich habe hier so ein Wasserreservoir mit so einer Art Biofilter. Das sind im Prinzip diese Kunststoffbälle, wie man ja auch im Teichbau irgendwie kennt. Dann gibt es hier die zentrale Pumpe. Die pumpt das Ganze nochmal durch solche Feinfilter. Das geht über eine UV-Lampe. Klar, gerade wenn es halt so viele Fische auf engem Raum sind und das Ganze noch unter Laborbedingungen stattfinden soll, dann muss hier natürlich alles irgendwie abgetötet werden, was im System ist. Dann habe ich hier die Möglichkeit, Wasser abzulassen. Ansonsten wird das Ganze hier quasi als Steigrohr und dann geht das Ganze einmal um die Kurve. Und was die jetzt hier als Pressure Relief eben nochmal extra benannt haben, ist dazu da, dass wenn ich eine Pumpe habe, die irgendwo eine ganze Menge Wasser hochpumpt, aber ein Maximum hat, dann habe ich hier die Möglichkeit, einfach etwas Druck abzulassen aus dem ganzen Rohrsystem. Wenn ich also das Ganze sehr stark dimensioniert habe, sehr viel Druck auf dem ganzen System habe, aber jetzt hier gerade nur so ein paar kleine Container im Betrieb habe und sonst halt viel mehr betreiben könnte, die aber jetzt nicht angeschlossen sind, kann es halt sein, dass hier viel zu viel Druck drauf ist, gerade wenn ich hier eben noch unter reguliere, weil da soll ja auch nicht ohne Ende durchgehen. Und dann kann ich eben hier das Wasser einfach wieder zurück in den Filter reinschieben und kann natürlich auch hier die einzelnen Container über diese Schläuche anschließen. Habe dann auch wieder so ein Abwasser auf jeder Etage hier entsprechend, was dann wieder zurück in diesen Filter rüber läuft. Im Prinzip genau das, was ich gesagt hatte, was wir bei dem BetaRack auch schon vorbereitet hatten, nur dass die hier jetzt etwas ausgefeiltere Filtersysteme haben. Und ja, wir schauen mal weiter. Also ihr seht jetzt hier, das sieht jetzt schon nicht mehr so sehr hochwissenschaftlich aus, sondern schon wirklich sehr minimalistisch, praktikabel, irgendwie hingeklöppelt. Also das hier sind diese Standardregale. Ich habe die bei uns noch gar nicht so oft gesehen, aber man sieht die eigentlich in den ganzen Videos. Es scheint in Amerika sehr üblich zu sein, dass man eben diese Regale überall findet. Ich weiß nicht warum. Ich habe die bei uns jetzt noch nicht so oft gesehen. All Institution. The main advantage of this facility construction of our existing methods is that the construction is simple and takes only a few hours to complete. This system is covered, which makes water quality control much easier. Though this facility is simple to build, it can also be modified to fit your research needs by making small changes such as making your tank larger to accommodate bigger colonies or different species of fish. We first have the idea... Ja, das lesen Sie hier sehr schön ab. Die ganzen Vorteile, im Wesentlichen ist es natürlich das, worum es hier gehen sollte, nämlich dass das Ganze günstig ist, sich schnell aufbauen lässt, die Wasserqualität hoch ist, wie es eben im Labor sein sollte und das Ganze gut zu kontrollieren ist. Also er sagt gerade, er hat das hier federführend entworfen. Die Baupläne, die Sie sonst irgendwo so gefunden haben, waren nicht so schön detailliert, deswegen haben die das hier nochmal einheitlich für alle gemacht und man kann das natürlich so anpassen, wie man das selber haben will. Dementsprechend ist es jetzt eher als Vorlage zu sehen und nicht als absolutes. Aber gut, das ist, denke ich, klar, dass es hier da sich dann so anpasst, wie es gerne hätte. To begin construction, lay out the 18-gallon bucket, pump, filters and UV lamp to determine the final installation, location and size. Once the parts are laid out, cut the 3⁄4-inch PVC pipe to the length needed for assembly. Given that the facility is already built, we will show you how to cut the PVC fittings. Keep the pipes and fittings in their position and sand the cut edges of the pipe until they are smooth to the touch and there is no debris. Also, das ist jetzt wirklich sehr basal hier. Next, obtain the purchased PVC primer and use the included swab to prime the orifice of each fitting that will be cemented together. Apply PVC cement to the outside of the pipe to join the pipe and fitting together. Also, ich habe es ja jetzt gerade erklärt, wie man PVC-Rohre zusammenklebt. Das sind diese Standardrohre, die man halt auch, ja, nicht gerade günstig, aber im Verhältnis natürlich schon, wenn das Ganze auf Dauer ausgelegt ist. Habt ihr jetzt zum Beispiel auch in Stephans Anlage gesehen, kann ich auch nochmal verlinken, das ist ja auch quasi sein Wasserwechselsystem mit solchen, jetzt nicht die weißen, sondern ganz in grau, aber es ist im Prinzip genau das gleiche, typische PVC-Rohre. Die werden genauso verklebt oder hat Stefan eben genauso verklebt. Da geht es eben darum, dass man die Rohre entsprechend vorbereitet, zurechtsägt, hier jetzt gerade gezeigt, entgratet, einmal mit einem Primer vorbehandeln und dann wird das Ganze eben zusammengeklebt. When applying PVC primer or PVC cement, make sure to perform the procedure in a well-ventilated area. Then place the 18-gallon bucket to one side of the shelf and install a bulkhead connector in the side of the reservoir tank. Attach a 3-4th-inch PVC pipe to the bulkhead and attach the other end of the 3-4th-inch pipe to the pump inlet using a 3-4th-inch threaded makefitting. Also ihr seht sehr viele Klebestellen. Next, connect the filters to the pump using two 90-degree elbows and 3-4th-inch PVC pipe. Sehr sauber aus. Use one paper filter followed by one activated carbon filter to remove debris and reduce chlorine and chemical levels. Also das hier ist so ein Feinfilter. Gibt es für verschiedene Partikelgrößen, kann man also kaufen, ich glaube bis unter 2 Mikronen oder so. Also es filtert wirklich alles, was irgendwie partikulär ist, kriegt man durch solche Filter raus. Filtert, wenn da entsprechender Druck da ist und muss dann halt auch entsprechend mal wieder gesäubert werden. Und hier wird jetzt gesagt, dass sie hier in den zweiten Filter entsprechend Aktivkohle einbringen. Wie schon gesagt, unter solchen Bedingungen macht das doch Sinn. Aktivkohle nimmt ja so ziemlich alles, was ansonstigen Chemikalien etc. noch im Wasser ist, wird es aufnehmen. Auch Färbung, Gerüche, die auch immer. Dann attach the pump and filter system to the top of the first shelf of the rack using zip ties. Vary the order of the assembly and attachment according to the size and layout of the shelf or rack chosen. Once the pump and filter system are assembled and attached to the shelf, add one Bio-Ball per gallon of water to the water reservoir. measure and cut a piece of three-fourths-inch PVC pipe and connect the T to the three-fourths-inch PVC exhaust coming from the UV filter to start the main supply line. Add an on-off valve to the bottom system of the PVC-T to serve as a drain to maintain system flushing. Make sure to measure the PVC pipe according to the dimensions of the specific shelf in use. After adding the valve, measure and cut the three-fourths-inch PVC pipe to provide feed pipes for each of the shelves on the rack to start the main supply line. Repeat for each of the shelves in the system. Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an die Sicherheitseinweisungen im Flugzeug. Also sie sagt natürlich noch mal jedes Mal, dass es für das Regal angepasst werden muss, dass man ganz genau messen muss und dass es für jedes Teil, dass man die Herstellerangaben beachten soll und so weiter. Im Wesentlichen seht ihr ja, man nimmt das Regal, was man hat, passt die Dinger an, klebt sie zusammen, fertig. Das ist jetzt kein großes Hexenwerk. Dann install three-fourths-inch PVC tees for the horizontal lines that will enter each shelf on the rack and add a three-fourths-inch on-off valve for each shelf supply line to allow the isolation of each shelf and a modular design of the system. Repeat for each of the shelves in the system. Next, attach a three-fourths-inch PVC pipe on the top shelf as a pressure-reducing line. End the pressure-reducing line in the main exhaust line with a three-fourths-inch on-off valve. After the main supply line has been set up, prime and cement the PVC pipe together. Run the vertical length of the main exhaust line to the other side of the rack and use a two-inch PVC pipe to receive the pressure-reducing line at the top and the drain lines from the fish tanks from each shelf. End this line in the stock tank to expel the recycled water over a sponge filter. After marking where each fish tank will empty into the horizontal drain line, drill holes in your exhaust line for each... Also, it's just eben nochmal gezeigt, dass natürlich das Abwasser genauso an der Seite runtergeführt wird von jedem, jeder Etage. Und hier wird jetzt für jede Etage natürlich ein so ein Abwasserrohr quasi vorbereitet. Dafür wird jetzt so ein Loch dort reingebohrt, um die einzelnen Container dann eben dort die Abwasserschläuche oder in dem Fall wahrscheinlich auch die PVC-Rohre einzuführen. Ja, gut, endkappen auf der anderen Seite. To finish the main exhaust line, prime and cement the pieces using connectors, nipples or elbows. With the drill, cut a 1 1⁄8 inch hole 1 inch below the upper edge of the back of the fish tank. Then slide a threaded 3⁄4 inch PVC male adapter with a number 18 O-ring attached through the hole. Next, attach and tighten a 90-degree 3⁄4 inch threaded PVC. Also das ist jetzt das, was ich sagte. Die bringen jetzt hier an diesen einzelnen Container, dieses einzelne Fischbehältnis, quasi einen so einen Überlauf an. Und das wird dann hier auch wieder entsprechend abgedichtet mit so einem O-ring, so einem Gummi-O-ring einfach eingeschraubt. Und dann wird hier wahrscheinlich gleich noch ein Stück hier im PVC dran geklebt, um dann eben direkt in diese Abwasserrohre reinzugehen. V-C-Elbow to the male adapter to create the fish tank exhaust pipe. Add a piece of fine mesh before adding another number 18 O-ring to secure the mesh to prevent the zebrafish from passing through. Natürlich relativ elegant, wenn man solche Standard-PVC-Rohre nimmt, gibt es dafür auch solche Standard-O-Ringe. Also O-Ringe, das sind solche Gummi-Dinger, die halt hier als Dichtung dienen, aber auch als Stoßdämpfer etc. sind in der Industrie. Das findet ihr auch selbst sonst. Bei allen möglichen Verschraubungen sitzen die einfach dazwischen als Dichtung. Oder wie gesagt, um irgendwelche Vibrationen, Stöße abzufangen. Weit verbreitet. Und darüber kann man natürlich wunderbar hier so ein Gitter, wie auch immer, festmachen, damit da kein Tier entweichen kann. Passt du gerade direkt frei. In der Stop-On-Off-Valve, measure and cut a piece of PVC that is half the length of the shelf and place a 90-degree elbow on the end with an adapter to attach the supply. Then attach a 3-4th inch to 1-1⁄2 inch male adapter to the supply line. Measure and cut the vinyl tubing for each individual tank and attach to the Irrigation Diverter. Also die haben hier so einen ganz netten Verteiler. Next, thread the 1⁄2 inch male end wrapped in Teflon tape onto the 9-way Irrigation Diverter. Der dort direkt eingeschraubt werden kann. Affix the irrigation supply lines to the top shelves using zip ties. Once the beginning of each line is secure, add an Irrigation-On-Off-Stop-Valve to each tube. Then secure the end of each line with binder clips and more zip ties. Also die haben jetzt hier solche typischen Klammern, die man nimmt, um solche Papierstapel irgendwie zusammenzuheften. Abgesehen von Büroklammern ist das halt die etwas elegantere Methode, um jetzt Papier so zusammenzuhalten. Und damit wird das Ganze wahrscheinlich oben an den Fischcontainer drangehängt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so schlau ist, weil ich glaube, die Bestandteile davon werden relativ flott rosten. Aber gut, da gibt es mehrere Alternativen, das kann man auf jeden Fall so machen. ...with a horizontal supply stop valve, slowly open the valve and attenuate the flow to the desired level. Gut, klar, über den Hahn kann man dann entsprechend den Durchfluss regulieren. Ja, das Problem habt ihr, wenn ihr in den USA wohnt oder irgendwo sonst, wo viel Chlor im Leitungswasser ist, dann muss man das Wasser entsprechend vorher entweder belüften oder ausreichend lange ausgasen lassen. Das Problem haben wir eher weniger bei uns. Trotzdem würde ich auch, wenn ich so ein neues System habe, was die Wäsche jetzt wahrscheinlich auch gleich sagen, das mehrfach auswechseln am Anfang, ein paar Mal durchlaufen lassen, vielleicht über Nacht oder ein, zwei Tage laufen lassen, dann das komplette Wasser wechseln, um da eben alle Kleberückstände, irgendwelche Rückstände aus den Rohren oder sonst was da entsprechend loszuwerfen. Ja, das ist genau das, was ich gesagt habe. Also die machen das hier drei Tage lang und wechseln dann schön das Wasser, um eben alles, was hier noch irgendwie drin sein könnte, rauszukriegen. Ich sehe jetzt hier gerade diese Container sind eigentlich ziemlich schick. Ich weiß nicht, was das genau ist. Ich kenne so ein System, so ein ähnliches System, was auch tatsächlich kommerziell verwendet wird. Aber was das jetzt hier für genau für Container sind, falls ihr das wisst, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Es scheint ziemlich, ja, so eine eigenartige Form und aber mit passendem Deckel scheint relativ stabil zu sein. Das ist auf jeden Fall interessant. Add seven starter Zebrafish per 1.8 liters and allow the nitrogen cycle to establish itself. Also 1.8 liters ist dann wahrscheinlich ein Gallon oder was die da immer, mit was die immer rechnen. Ich bin ja jetzt gerade nicht so in den nicht-metischen Systemen unterwegs. Aber sieben Fische auf zwei Liter ist schon sportlich. Die sagen jetzt, hier haben sie jetzt hier noch so eine Apfelschnecke da drin. Die sagt jetzt hier, um den, ja, die Bakterien quasi ans Laufen zu kriegen. Aber das wird natürlich nachher in der Anlage genauso. Also ihr wisst dann schon, das ist schon quasi Massentierhaltung hier. Ist jetzt nicht gerade entspannt. Das ist auch was, wo man sagt, okay, man braucht einen großdimensionierten Filter, wenn man entsprechend viele solche Tiere hat und der UV-Filter ist dann im Zusammenhang damit auch, denke ich, ganz gut angebaut. Normalize the pH to a consistent 7. Feed the zebrafish twice daily during weekdays and once daily during weekends. Finally, monitor the balance of nitrate, nitrite and ammonium daily during the first week after adding the fish and twice weekly once. These three photos are examples of individual components of the system. The two-filter and pump system is located on the bottom rack. The pump is connected to two mechanical filters and a UV-filter to eliminate contaminants from the water. Also nochmal die Wiederholung, wie das hier alles gefiltert wird. Also hier ist quasi ein neunfach Verteiler. Das ist wahrscheinlich auch aus der Bewässerungstechnik. Ist auf jeden Fall ganz nett, dass es sich hier alles so in das System einfügt und man da jetzt nicht groß kleben muss, dass sich das alles verschrauben lässt und offensichtlich auch einzelne Regeln lässt. Das ist, denke ich, ein ganz interessantes Bauteil. Ich wüsste jetzt allerdings gerade nicht, aber allerdings noch nicht danach besucht, ob es das bei uns hier genauso in dieser Contriborierung zu kaufen gibt. Weiß ich nicht. The supply line has an on-off valve that can be used to stop water to each shelf for cleaning and quarantine. The fish tank exhaust line and pressure relief line empty into the main exhaust line to re-enter circulation. Yeah, im Prinzip noch mal die Wiederholung wie das Fünftige aufgebaut ist. This facility can be constructed in less than four hours if all the preparations are made accordingly. While attempting this procedure, it's important to remember to be precise in your measurements and layout. After watching this video, you should have a good understanding of how to build a zebrafish facility which can be used to perform your chosen experiments. Also, nach vier Stunden wenn man alles schon vorbereitet hat steht das Ganze. Man muss natürlich super aufpassen extrem genau alles zu messen. Warum genau? Ja, das weiß ich glaube ich selbst nicht. Wenn man da mal einen Millimeter zu viel oder zu wenig hat das macht denke ich bei dem System keinen großen Unterschied. Aber das hört sich dann gleich viel wissenschaftlicher an wenn man das so sagt und ich denke das haben die Leute hier ganz gut gemacht. Ist denke ich ein ganz nettes System es zeigt mal wieder dass die Wissenschaft jetzt auch keine ja man sagt ja immer so schön Rocket Science also Raketenwissenschaften tatsächlich war es bei mir auch so als ich das erste Mal als Hiwi also quasi als Student am Lehrstuhl irgendwo gearbeitet habe dass ich gedacht habe oh das ist Wissenschaft wir arbeiten hier irgendwie mit Zahnstochern und kleben irgendwas munter zusammen genau so kann es dann aussehen und es ist auch mal ganz nett dass man sieht okay so kann es laufen wie gesagt für Zebrafische würde ich das System jetzt nicht für den privaten Halter empfehlen die sagen quasi dabei dass man da jeden Tag nachgucken muss ich würde es wie gesagt nicht tun ist glaube ich auch in Deutschland nicht unbedingt erlaubt das als Privater so umzusetzen aber für Garnelen wunderbar vielleicht für einzelne Betas und einfach mal den Aufbau hier zu sehen ist denke ich ganz nett jetzt bin ich immer noch klein mache ich nicht mal groß so jetzt sieht er mich auch nochmal ganz kurz also wie gesagt mehrfach wiederholt aber das Grundprinzip ist klar und deswegen werde ich jetzt nicht noch länger das Video in die Länge ziehen ist glaube ich lang genug geworden ich finde es ganz nett und ich denke jetzt haben wir auch genug zu diesem Typ von System ich kann es ja vorweg nehmen dass das nächste Mal wenn es halt um solche Systeme geht dann stelle ich da meinen Prototypen mal vor also ich habe was ganz ähnliches nur noch viel basaler da im Keller zusammengeklöppelt das hatte ich ja die letzten Male schon angekündigt das läuft jetzt ein beziehungsweise teste ich mal ob es dicht ist ich habe schon die eine oder andere Stelle gesehen wo ich nochmal nachbessern muss aber das kommt auf jeden Fall als nächstes dass ich das nochmal vorstelle und dann ja gehen wir noch zu verschiedenen anderen Systemen über die ich ja nun auch schon lange angekündigt habe also das nächste Mal dann wieder aus meinem Keller bis dahin ciao Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020